Guten Tag, mein Herr. Sie wünschen, bitte. Ja, das ist schwer zu sagen. Das ist schwer zu sagen. Ein schweres Wort. Ein lateinisches Wort, ja? Lateinisch, ja. Das freut mir nicht mehr ein. Na ja, wir kommen schon drauf. Haben Sie ein Rezept? Ja, ein Rezept habe ich schon. Nein, ich meine, was fehlt Ihnen denn eigentlich? Ja, das Rezept fehlt mir. Das Rezept fehlt mir. Sind Sie krank, ja? Ich nicht. Warum schaue ich so aus? Nein, absolut nicht. Aber das muss ich ja schließlich wissen. Gehört diese Medizin für Sie oder für eine andere Person? Nein, für mein Kind. Mein Kind ist krank. Ach so, Ihr Kind ist krank, ja. Was fehlt diesem Kind? Ja, dem Kind fehlt eigentlich die Mutter. Ah, wie traurig. Das Kind hat gar keine Mutter. Schon, aber nicht die richtige. Ja, also dann eine Stiefmutter. Ja, die Mutter ist stief statt richtig. Deshalb muss ich das Kind wahrscheinlich erkältet haben, nehme ich an. Aha, hustet das Kind sehr, ja? Furchtbar, husten, weniger, aber schreien tut es. Schrei tut es. Na ja, dann haben wir es ja. Dann hat das Kind eben sehr große Schmerzen. Freilich muss Schmerzen haben, aber das Kind sagt nicht, wo es die Schmerzen hat. Jetzt habe ich gesagt, pass auf. Wenn du das schön sagst, nicht, wo es die Schmerzen hat, dann kriegst du später einmal, wenn du einmal älter bist, ein wunderbares Montorrad. Ja? Ja, und? Und? Das Kind sagt es nicht, es ist so verstockt. Ja, wie alt? Sechs Monate schon. Na, mit sechs Monaten kann doch ein Kind noch nicht sprechen. Sprechen braucht es ja gar nicht, wenn es wenigstens deuten wird. Wenn es sich könnte doch deuten, das Kind, wo es ihr weht, oder da oder da, oder wo es ihr weht, dass man weiß, wo sich der Krankheitsofen befindet. Ofen? Was für ein Ofen? Dass man weiß, wo der Krankheitsofen steckt. Sie meinen den Krankheitsherd? Na ja, Herd oder Ofensocke. Ja. Ja, hat er die Finger immer im Mund stecken können? Ja, seit neuerer Zeit hat er immer die Finger so im Mund. Na, sehen Sie, dann haben wir es. Dann bekommt das Kind die ersten Zähne. Zähne, so? Von wem? Ja, von der Natur. Von der Natur, na, das kann schon sein. Das kann schon sein, aber das ist doch... Das Kind wird krank sein, nicht? Und muss krank sein. Ja, das Kind ist krank und hat die Frau, meine Frau, gesagt, dann gehst du in die Apotheke und holst das... Einen Kamillentee, wie Sie gesagt haben, ja? Nein, nichts zum Trinken. Es war so ein Wort, so ein... Er sagt, vielleicht hat das Kind Würmer. Und das täten wir ja sehen. Würmer täten wir ja sehen. Ich meine, innen. Innen? Wir haben in das Kind ja nicht innen hingeschaut. Ja, mein lieber Herr, das ist natürlich eine schwierige Sache für einen Apotheker, wenn er nicht erfährt, was der Kunde überhaupt will. Sie sind ja gar keine Apotheker, Sie sind ja eine Fräulein-Apothekerin. Meine Frau hat gesagt, wenn es dir wirklich nicht einfallen sollte, in der Apotheke, wo das Mittel dann sagt, einfach ein schöner Gruß vom Kind, vermehr von der Frau, und das Kind kann nicht schlafen, weil es immer so unruhig ist. Ja, unruhig? Unruhig. Unruhig ist das Kind. Ja, so. Ja, dann brauchen Sie eben ein Beruhigungsmittel. Wie teuer kommt das denn jetzt? Ja. Na, für ein Kind schlusslich ist das ja nicht... Ja, dann nehmen Sie am besten Isopropylpropenilbabitursauruspenildimethylaminopirazolon. Was sagen Sie? Äh, ich meine, nehmen Sie am besten ein Isopropylpropenilbabitursauruspenildimethylaminopirazolon. Wie heißt das? Ach, du lieber Gott. Isopropylpropenilbabitursauruspenildimethylaminopirazolon. Ja, so heißt, das ist es. Na Gott sei Dank, bin ich froh. Ja, das ist so ein einfaches Wort eigentlich, ne? Und man kann es sich doch nicht merken.